Ich habe euch auch lieb... Fleisch! Scharf! 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 Alles Kühe! Falls ich den Part früher beende als die anderen, liegt das daran, dass ich überhaupt kein Zeitverhältnis, Gedächtnis oder sowas in der Art habe und nicht einschätzen kann, wie lange ich schon aufnehme. Also könnte... Da ist rein gar nichts. Könnte ich den Part heute auch früher beenden. Tut mir leid, aber nächstes Mal sehe ich auch wieder auf die Uhr. Kühe, Kühe! Da sind überall nur Kühe! Ich weiß, später bauen wir auch noch eine Kuhfarmer, aber trotzdem... Bitte, lass das Schafe sein! Nein! Nein! Also... In einem Laubwald... Sind nur... Ich hab's ja gehört! Bitte, ich will doch nicht blöd von meinen Zuschauern aussehen! Aaaaaaah! Nein! 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 Also, wenn... Was ich noch vorhin sagen wollte, ganz zuvor, ist, dass wenn dieses Projekt einmal flüssig läuft, ich vielleicht mit einem anderen Let's Play anfange und dieses Let's Play ein Spiel ist, das ich mir nicht allzu lang zuvor gekauft habe. Ist ja schon ein bisschen älter, aber ich spiele es einfach, um euch mehr Freude zu bringen. Da es ein Spiel einer gewissen Kategorie ist, aber ich sage euch nicht welche. Und mit dem Satz beende ich den heutigen Part und freue dich schon auf die nächsten. Tschüss und schönen Tag noch! Hi Leute und willkommen zu Part 4! Ich muss mich gleich vorerst entschuldigen, dass ich Part 3 schneiden musste, da ich, wie gesagt, kein einziges bisschen Zeitgefühl habe und somit 16 Minuten gemacht habe statt 14. Also muss ich ihn schneiden, da ich es sonst auf YouTube uploaden kann, aber nicht zeigen kann. Und somit schneide ich, habe ich diesen Part hier am Anfang eingeschnitten und nehme jetzt nur noch 12 Minuten auf. Aber ich hoffe, das Problem kommt ja halt nicht mehr vor, da ich ab jetzt die Zeit immer stoppe. Ja, und jedenfalls... Ja... Ja! Hühner! 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 Oh, ich habe nicht mehr viel zu essen. War das... War das? Ist mir scheißegal, ob das ein Dungeon-Geräusch war. Schafe! Oh, wirklich Dungeon. Scharf, 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 scharf. Was ich noch vergessen habe zu sagen, erstens will ich ein Pepp machen. Dazu brauche ich drei Wollen. Ein drittes, ein drittes, bitte noch. Und es ist egal, welche Farbe. Jedenfalls sollte man normales ein Schaf scheren, damit das Fell immer wieder nachwächst. Nur da ich vergessen habe, eine Schere zu machen, muss ich sie abschlachten. Und wenn das jetzt die zwei einzigen Schafe waren... Nein, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Und ich weiß schon wieder nicht, wo das Haus ist. Zum Glück habe ich jetzt nur ein Projekt, da ich, wenn ich mehrere Projekte habe, überhaupt nicht mehr durchpeilen werde, wo ich war das letzte Mal. Soll ich in die andere Richtung laufen? Hühner, Hühner, Hühner. Hier könnte ich perfekt Sand farmen. Das werde ich später noch machen, wenn ich viel Glas brauche. Sind das Kürbisse? Jawoll! Also ich habe... und das letzte Schaf! Ich habe wirklich ein Heidenglück eigentlich in dem Spiel. Ich weiß zwar noch vieles nicht, oder ich habe, sagen wir es mal so, ich habe vieles vergessen. Und hoffe, dass ich euch das alles beibringen kann. Dazu dient ihr das Commentary. Und wenn ihr etwas Lustiges sehen wollt, mache ich gleich. Könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen. Oder die meisten noch nicht. Da die meisten ein Real Life haben und dieses Spiel nicht spielen. So, jetzt sieht das ganz normal aus. Außer ihr seht vielleicht einen kleinen Ring. Sehe ich gerade. Den werde ich später noch entfernen. Ich weiß schon woran das liegt. Und aliop! Hat natürlich nicht geglaubt. Dann werde ich später entfernen. Und jedenfalls, auch wenn ihr jetzt einen Ring seht. Ich weiß schon wieder wo es hingeht. Setzen wir uns jetzt einen Kürbis auf. Mr. Pumpkin Head. Und spielen etwas. Normalerweise sieht man nur durch die Umrisse des Kürbises. Aber wahrscheinlich... Ah! Wahrscheinlich ist durch den Ring sieht man alles viel heller. Das ist ja jetzt blöd. Aber ist ja egal. Seht ihr, der hat einen Orange. So, dann hacken wir mal ein bisschen rum. Ah! Die Kühe hören sich ja jetzt auch an wie Stiere. Mit dem Keuchen und sonstiges. Und das... Besteigt auf den anderen! Also, jedes Mal, wenn die Kühe muhen, fällt mir nur die Müller-Milch-Werbung ein. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls brauchen wir noch viel Holz. Also, baue ich hier mal ein bisschen, die Maske stört schon langsam und nein, es wird dunkel. Und ihr wisst ja, was im vorherigen Part passiert ist. Also, das Einzige, was ich jetzt noch in den letzten sieben Minuten mache, ist mein Haus zu finden und ein Bett zu bauen. Und Leute, es sieht nicht gut aus. Na komm schon, alter. No risk, no fun. Lauf, 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 lauf. Warum musste ich auch so weit weglaufen von zu Hause? ich finde unser haus schon wieder na komm, na komm nein, 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 nein war hier nicht der Fluss, der mir so gefallen hat komm, komm schon, komm schon, komm schon, Alter lass mich nicht im Stich ja, ich sehe das orange haus jawohl wer ist der Pro? ich bin der Pro so, na dann ich bin so stolz auf mich ja, und drei Wolle damit mache ich mir mal gleich ein wunderschönes Bett natürlich sofort in den Keller wo auch sonst ich hoffe, ich kann neben Monstern übernachten ich mache es mal hier nur zur Sicherheit ich bin ja nicht abergläubisch oder hätte Angst ich mache es ja nur hell genug, dass ihr auch noch etwas seht seht aus wie ein Ritualtisch das wird auch noch schöner ich sage ja, vielleicht bleiben wir auch hier und bauen es hier einfach aus, denn wir haben See hier wir haben viele Dings wir haben zwar kein Schneegebiet, aber Schnee ist sowieso blöd also bleiben wir einfach schön hier so, jetzt sehe ich mir an, ob der Glasmaust drin ist ja, ist hallo also ich sehe da oh okay achso ich kann mit Steuerung nicht mehr ducken okay, jedenfalls seht ihr, dass man durch das Glas hindurch sieht also wenn ich hier einen Glasblock hinsetze sehe ich ihn natürlich ach, wie logisch nein, jedenfalls wenn ihr Glas kaputt schlagt bekommt ihr es nicht wieder deswegen habe ich euch das auch demonstriert ja jedenfalls werden wir noch viel Items bekommen und noch viel Sachen dass ich vielleicht mal einen ganzen Part nur vor dieser Holzküste stehe vielleicht auch nicht so extrem aber schon ziemlich krass ja, was mache ich denn jetzt noch ich habe kein Eisen das hole ich mir alles aus diesem Kasten Wüste und sonstiges habe ich auch nicht in der Nähe eigentlich überhaupt nicht also werde ich wahrscheinlich nicht hier bleiben dann werde ich es bei dieser Kiste belassen und werde mir wahrscheinlich ein anderes Heim suchen nur dazu werde ich mir wahrscheinlich zuerst die Minimap runterladen ja, ich habe keine Ahnung was ich jetzt tun soll habe ich mehr Leder bekommen und gar nichts bleibt gar nichts das kann ja überhaupt nicht gebrauchen ja, dann sage ich mal es ist dunkel um zu testen ob wir schlafen können nehme ich mir natürlich mein liebes Schwert man hört natürlich auch keine Skelette also kann man schön einschlafen nehme ich mir mein Schwert falls mich irgendjemand bedroht und Garantä! nein, nichts passiert jetzt sieht er, dass wieder Tag ist und die Monster immer noch hier sind so, aber in den letzten zwei Minuten ist mir auch egal ob es sich jetzt ausgedreht oder nicht ich nehme den Bogen der schon halb kaputt ist ich baue mir sowieso einen neuen und nehme mir diese drei Pfeile und mache das Scheiß-Skelett halt wer ist der bessere Schütze? Hatcher und BÄM so, das hat sich natürlich gelohnt bekomme zwei Pfeile Energy und den Bogen jetzt auch? wieso bekomme ich den Bogen nicht mehr? also, was ich sagen wollte ist, dass Spinnen am Tag friedlich sind ich sie trotzdem angreife dass ich Seide bekomme den Creeper natürlich in die Luft fliegen lasse dass er alles ruiniert und er er wisst ja schon das weitere so auch ein paar Monster getötet und er beende ich den Part halt eben früher und schneide das Ganze zusammen aber wie immer hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat ich danke auch schon an meine ersten Zuschauer und sage Tschüss und schönen Tag noch ich danke euch auch und die